Das ist der Wolf und das ist das Pferd. Das steht da und das steht da hinten. Jetzt schauen wir mal, was sich bewegt. Ah, das Pferd bewegt sich. Okay, steht ja dort ein Pferd. Ich bin so doof. Da sind ja sogar Abbildungen drauf. Ähm, hü? Mein Problem ist nur... Opala, falscher Knopf. Dass ich dachte, man muss Norden, Süden, Westen, Osten und so machen. Also Seastouse, die Eule, das habe ich. Und der Equestrian Beast muss nach Westen. Das Problem ist, wo ist hier Norden, Süden, Westen und Osten? Ja, das stimmt. Das mache ich auch. Ich habe bei der jetzt hier Süden gemacht. Ist hier irgendwo ein Hinweis, wo Norden, Süden, Westen und Osten ist? Das ist eine Sonne. Okay, wir gucken mal, ob wir die Sonnenuhr finden. Hier. Okay, also Osten. Ich muss mal kurz schreiben, weil ich will euch nochmal hinlatschen. Osten. Orden. Osten. Resten. Alles klar. Also muss die hier drauf. Okay, und das Ferti muss dann nach Westen, also hier hin. Ja, LisaMausi19, hallo, alles gut bei dir, schönen guten Abend. Ähm, okay, und jetzt kommen halt noch, ist halt blöd, dass genau das Rätsel halt nicht übersetzt ist, ne? Ups, so. Lisa, wie geht's dir, alles gut? Gut, ich geh jetzt mal da rüber, dann setz ich jetzt mal den Adler, ich setz den Adler mal auf Norden und den anderen mal auf Osten. Alles klar, Vespo, danke, dass du da warst, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, schlaf gut. Ah, ein Löwe ist das. Wo ist der da unten? Aber das ist ja schon so, wie ich meinte, oder? Ne. Dankeschön. Alles klar, gute Nacht, King Iran, schlaf gut. Also mal, hier ist Süden. Das Pferd steht falsch. Warte mal, das Pferd steht falsch, aber er steht wenn ich so gucke, ist da vorne Osten, er steht im Norden. Dann muss er hier drauf. Und das Pferd steht falsch. Das Pferd muss im... Ne, das Pferd steht richtig. Okay, ist nicht richtig. Dann vielleicht die zwei ändern. Oha, dann halt dagegen. Dann tue ich jetzt ihn mal auf Norden. Er ist im Süden, er ist im Westen. Ach, hat das Pferd nicht geändert, oder? Osten. Die Eule muss im Süden stehen, das ist rechts, richtig. Das Pferd muss im Westen stehen, das ist unten. Mann, Mann, Mann. Also hier links muss es stehen. Westen ist... Ne, warte mal, ich mache hier alles komplett falsch. So muss... Hier ist... Wenn ich so gucke, ist Osten. Westen, also muss es hier runter. Das stimmt schon. Hier runter. So. Er steht richtig. Aber er steht falsch. Er muss nach oben. Okay, stimmt nicht. weil... Weil... Er oben ist. Jetzt warte mal. Oh, das ist voll kompliziert. Wo ist Osten? Osten? Er muss da rüber. Rechts muss er. Schauen wir mal. Da fliegt er mal hin, kann das sein? Was will ich sehen? Welche Emotes? Richtig. Klug. Richtig. Klug. Uh, es läuft. Hallo Pizza, na geht's dir gut? Ähm, ja, irgendwie... Habe ich ein bisschen zu viele Sachen, hm? Es ist eine Sniper. Brauche ich eine Sniper bei dem Spiel? Nein, klug wollte ich sehen, weil ich habe das Rätsel ganz ohne Hilfe gelöst. Na, Pizza, ist alles gut bei dir? Ein Parkgate. Aber dann habe ich ja gar keine, ähm, Nahkampfwaffe mehr. Und nicht, dass mir die Muni ausgeht. Aber man kann bei der Knarre auch schlagen. Okay, dann. Oh, immer falscher Knopf. Hunting Rifle. Alter. Okay. Ich habe bald keine Muni. Die wirst du brauchen... Aha. Wenn du das sagst, glaube ich dir. Oh. So, eine. Kann ich klagen? Ich schaue noch ein bisschen bei dir rein, bis ich müde werde. Nein, nicht wegen dir, sondern weil ich schon liege. Und dir? Mir geht's gut. Vielen Dank, der Nachfrage. Mir ist alles gut. Dann hoffe ich, dass du müde wirst, weil ich öfters mal ein bisschen hier so, ein bisschen laut schreie, ne? Und für was ist jetzt das Geil? Ah, für Dada wahrscheinlich. Okay. Ich hätte speichern sollen. Kannst du ruhig ehrlich sein und sagen, dass Jenny langweilig ist? Ist das eine Tatsache? Was ist das denn? Der bewirft mich! Alter, was ist das? Ein Bettmonster! Alter, geh weg! Was ist das denn? Okay, vielleicht halten mich die Chamskis auch wach, wenn mir dann das Handy auf die Nase fällt. Ja, hoffentlich nicht. Das gute alte Monster ist unter dem Bett. Jetzt auch in der Luft. In der neuen Verpackung. Hä? Wo sch... Wo? Da doch vorne. Ja. 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 Mit Spielspaß und Schokolade. Ja. Mit Blut, Gedärmen und... Blutkotze oder was es war. Ähm. Das ist von, ich glaube, 2014 oder 2013 oder 2012 oder irgendwie sowas, frag mich nicht. Ich habe es hingekriegt, ja, weil Niki hat mir gestern noch etwas geschickt aus Steam. Wie man das hinkriegt. Ja, die Grafik ist so... Ist in Ordnung. Also es ist natürlich jetzt nicht zu mitteilen mit den anderen, die jetzt gibt die Spiele, aber... Ist von 2012. Okay, super. Das ist gut. Ich darf nicht trinken, wenn ich durch die Tür gehe. Es könnte jederzeit was kommen. Für 2012 ist die Grafik okay, finde ich auch, ja. Es ist halt auf der Half-Life-Mod. Auf der... Es ist halt eine Mod. Es ist eine Mod für Half-Life 2. So wollte ich sagen, sorry. Ich bin wieder draußen. Wieder hier sind... Richtig. Höh! Kommt da einfach aus der Ecke raus. Hallo? Hallo? Ich kann dich nicht hören. Wer ist das? Du bist noch nicht. Wo bist du? Wie hast du mein Nummer bekommen? Kannst du mir helfen? Was ist in dieser Stadt passiert? Ich bin zufrieden, Simon. Ich bin auf dem Park. Auf dem Park. Sie ist gegenüber... Sie ist gegenüber dem Park auf dem Dach. Und sie muss mit uns reden. Hallo? Hallo? So, are you still there? Ah, shit. Telefon. Richtig. Wächer mal dann bitte das hier. Äh, Wohner. Da drin war das, oder? Hä? Ah, da. Das ist klug. Also muss ich mir immer das Telefonat anhören. Falls du stirbst. Ja, hoffentlich nicht. Will ich sterben. Ich weiß ja nur nicht, wo ich hin muss. Aber hier war zu. Ah, oder doch nicht. Okay. Okay. Habe ich dir schon gesagt, dass du nicht auf Autos springen solltest? Nein. Warum? Tja. Okay, so weit kommen wir nicht. Was? Autos töten? Okay. Oh. Wo kommt der her? Wo kommt der her? Okay, ich komme eh nicht so richtig auf das hoch. Hast du Lust? Boah, ja gleich. Da kommen jetzt aber nicht unendlich viele, oder? Ja, machen wir mal. Wir speichern mal schnell. Und versuchen mal auf ein Auto zu springen, anscheinend töten Autos. Das sind böse Exorzistenautos. Die deine Seele pressen. Okay, da kommt man nicht hoch. Man kommt halt nicht auf die Autos hoch. Das ist halt das. Ich denke, wir testen mal. So mit Anlauf. Nee. Momentum mitnehmen. Das geht ja gar nicht mehr. Nö, irgendwie nicht. Wir haben es getestet. Okay. 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 Mal gucken dann. Okay. Mal gucken dann. Ich guck mal gar nicht aufs Auto. Ich guck mal gar nicht aufs Auto. Was das sind? Das sind Kreuze mit Blut. Ich sollte das mal untersuchen gehen. Also herausfinden, was da... Aber hier rechts hinter mir... Und da links hinten... Hä? Ah! Ich hab keine... Ah, ich hab keine Schaufel, Mist! Ich brauch eine Schaufel irgendwoher! Vielleicht in diesem Häuschen hier drin? Da wäre doch gerade irgendwo eine Tür da! Something is blocking the door! Ach, da liegt eine Schaufel, alles klar! Ähm, also, dann... Ein M16-Magazin mit 20... Oh! Also man kriegt auch noch ein Maschinengewehr, das ist gut! Also hier war ein Loch! Ich hab eine neue Art von Horrorspielen entdeckt! Kennt ihr A Way Out ist mit den Knastbrüdern? Ja, das wollte ich eigentlich mit meinem Freund zusammen streamen! Aber... Hat bis jetzt sich noch nicht ergeben! Okay... Was sind denn die ganzen Löcher? Aber es ist kein Horror! Wenn dein Partner inkompetent ist, schon! Ja, okay! Das ist wieder so eine andere Sache, ne? Ich seh... Ich seh keine Beulen mehr! Hier ist noch eine! Find ich gut! Hä? Wie viele habe ich denn jetzt? Drei, oder? Habe ich schon drei auf? Spritze... Ähm, 16 Muni... Was ist denn da das hier? Dass ich eine Orientierung habe? Wo kommt man rein? Also ich bin hier... Und irgendwo ist ein langer Weg! Der da, oder? Ist der einzige lange Weg! Ja... Das heißt, hier müsste irgendwo was sein? Okay, das haben wir! Also das haben wir! Bad Wolf! Andy! Andy! Hi! Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Äh, sieht hier noch jemand eins? Weil hier müsste auch irgendwo eins sein! Ah, hier! Eine Glock-Magazin? Das ist, finde ich, gut, ne? Ja, alles gut! Und bei dir bei mir auch? Dankeschön! Ähm... Das haben wir! Hier sind zwei! Okay, das ist da hinten drin! Und wo noch? Muss ich die alle finden? Das hier oben habe ich noch nicht, glaube ich? Ich glaube, wir können nur die hier, oder? Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich... Und das ist außerhalb anscheinend! Nicht wahr, noch nicht außerhalb! Aber ich habe gerade gesehen, dass man außerhalb auch graben kann! Aber... Oh nee! 求 mir oder? Oh nee! Oh nee! oh nee! Oh nee! Oh nee! Und translates! Oh nee! Oh nee! Oh nee!